Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen Morgen. Dienstag, der 10. Januar, schreiben wir im Kalender. 2017 ist es das Jahr und ihr befindet euch hier im Daily-Format des Geek Talks. Heute habe ich wieder mal ein paar Themen für euch. Ich, Martin Rechsteiner-Pokipsi. Trello ist das eine, Nintendo Switch das zweite, dann gestern natürlich der grosse Tag vom iPhone, 10 Jahre der iPhone-Vorstellung. Wir haben für euch den Willow, Golden Globes Awards, Amazon Echo und 63 Milliarden. Beginnen wir doch gleich beim ersten. Wir haben in unserem Mutter-Format, dem Geek Talk, eine Sonderfolge zum Thema Trello, wo wir euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Da und in diversen News-Sendungen habe ich immer wieder mal gesagt, Ich hoffe, der Tag kommt nicht, wo Trello aufgekauft wird. Nun ist es soweit. Trello wurde von Atlassian aufgekauft. Atlassian, für diejenigen, die es nicht gerade auf Anhieb kennt, das ist die Mutterfirma hinter Chira, die unter anderem auch diverse andere Lösungen gekauft hat, wie HipChat. Und genau dieses HipChat ist mein Hoffnungsschimmer, denn Trello soll weiterhin eigenständig laufen. HipChat wurde vor ca. 4 Jahren von Atlassian gekauft und seither nicht wirklich angefasst, sprich das Ganze läuft auch noch eigenständig. Deshalb ist hier meine grosse Hoffnung, dass das mit Trello auch so ist. Ansonsten, ja, ihr werdet es dann hören in einer der Geek Talk, Daily-Folgen oder den News-Folgen, wo auch immer. Ja, Trello ist mir ja stark ans Herz gewachsen. Gehen wir rüber in Richtung Spiele, Nintendo Switch. Kurz vor der Präsentation, diese Woche soll es ja noch soweit sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12. dachte ich, genau, 250 Dollar will die kosten in Japan. Wenn dem so ist, würde mich das sehr, sehr freuen, denn das wäre ein schöner, günstiger Einstieg in eine neue Konsolenwelt. Mehr Details natürlich dann, sobald sie offiziell erhältlich sind. Dann haben wir was? Das iPhone. Genau, gestern, vor 10 Jahren, hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Ein revolutionäres Produkt, das vieles verändert hat. Nicht nur die Hardware, nicht nur die Software, nicht nur den App Store. Auch die Art und Weise, wie uns Provider bevormunden oder früher bevormundet haben. Und andere Dinge hat Apple mit dem Smartphone ziemlich aufgebrochen und untereinander gewirbelt. Es ist wieder mal an der Zeit, auch den Steve-Bolmer-Lacher sich anzutun, weil, ja, der junge Herr hat da auch ziemlich ins Klo gegriffen mit seinem Das braucht niemand. Aber ja. Auch gab es genau heute, jetzt am 10. Januar vor 10 Jahren, einen ersten Werbespot für das iPhone. Den werden wir euch natürlich auch verlinken. Den solltet ihr euch auch wieder mal anschauen. Dann in der letzten Woche hat euch der Jan das eine oder andere komische, auch unter anderem vorgestellt, was an der CES 2017 vorgestellt wurde. Nach dem Kamm von Whiting's Nokia kam jetzt noch mehr raus. Sprich, ich habe den Willow entdeckt. Willow ist eine smarte Milchpumpe. Wenn ihr nicht wisst, für was eine Milchpumpe da ist, keine Angst, das ist nicht für Bauern und Milchproduktion, sondern für Frauen, wenn sie Kinder haben und nicht stillen können. Aber eben für mehr Details, fragt eure Mütter, fragt eure Frauen, fragt eure Freundinnen, die können euch da sicherlich aufklären. Das Ganze gibt es jetzt auch in smart, eben mit dem Willow. Wäre unsere Kleine noch ein halbes Jahr jünger. Das habe ich jetzt leider verpasst, weil sonst hätte meine Frau das sicherlich austesten dürfen, müssen, wollen können, wie auch immer. Ein bisschen mehr smart im Babyalter. Amazon und Netflix haben beide jeweils zwei Golden Globe Awards bekommen. Für was, dass sie den bekommen haben, wir haben es verlinkt bei uns in den Shownotes. Wer von euch schaut übrigens Amazon, wer schaut über Netflix Streaming, dürft ihr gerne mal in die Kommentare geben oder über Twitter, über Social Media generell oder wo auch ihr immer Rückmeldung geben möchtet. Da bin ich gespannt. Aktuell fahre ich ja zweigleisig. Dazu aber dann mal in der News-Folge ein bisschen mehr. Dann haben wir noch eine kleine Meldung von Seiten Amazon Echo. Ein kleines Mädchen, zumindest so die News-Meldung, die rausging, hat sich informieren wollen, wie das Ganze mit Puppenhäusern spielen ist. Sprich, ob die Alexa doch nicht Lust hätte, mit dem Puppenhaus zu spielen. Anscheinend hat dann die Alexa gleich ein ziemlich kostenintensives Puppenhäusern bestellt über Amazon. Und das hat dann ein Radiosprecher mit aufgenommen, oder besser gesagt eine Fernsehsendung mit aufgenommen, hat das Ganze erzählt und dadurch diverse Dots und Echos zum Bestellen gebracht. Wenn dem so sei, Amazon gibt die Möglichkeit, das Ganze kostenlos zurückzusenden. Wieder mal ein Ding, was zeigt, wie stark diese Assistenten sind oder wie schwach. Sprich, wenn sie in der Nähe vom Fernsehen stehen, in der Nähe von irgendwas stehen. Man kann da ziemlich Umfug treiben. Also achtet euch darauf und lasst den Echo und Dot nicht allein, genauso wie das Google Home, nicht allein mit euren Freunden, Bekannten, was auch immer. Oder nehmt die Möglichkeit raus, dass ihr online so bestellen könnt, wie auch immer ihr das handhaben möchtet. Dann die letzte Zahl noch, die 63 Milliarden, die ich am Anfang erwähnt habe. Das ist die Zahl an Messages, die am Silvester 2016-17, also dem Jahreswechsel, über WhatsApp versendet wurden. Eine schöne Zahl, 63 Milliarden. Unglaublich. Wie viele habt ihr versendet? Das war es eigentlich auch schon an Neuigkeiten, die ich für euch habe. Morgen, Mittwoch, der 11. geht es dann weiter. Und ja, hört mal ins Mutterformat rein. Auch da haben wir die eine oder andere interessante Folge für euch. Wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen über iTunes und somit genug der Eigenwerbung. Habt einen schönen Tag, viel Erfolg und geniesst den Schnee, sofern ihr welchen habt. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.